Die SPÖ Verlach und der INGO AP und vor allem die Frauen haben sich sehr viele Jahre eingesetzt, dass wir Fachärzte nach Verlach kriegen. Das ist uns jetzt Gott sei Dank gelungen. Wir haben ganz tolle Fachärztinnen und Fachärzte. Wir haben Fachärztinnen für Augenheilkunde, Fachärztinnen für die Dermatologie, wir haben Fachärztinnen für die Gynäkologie und für die Frauenheilkunde. Wir haben eine Fachärztin für Kinderpsychologie und psychotherapeutische Medizin, einen Facharzt für Orthopädie.